Hallo Leute und herzlich willkommen in mein erstes Video für euch. Mein Name ist Firas Al-Sharte. Ich wohne hier in Berlin seit 2,5 Jahren und ich komme aus Syrien. Heute will ich für euch mein erstes Zuckerstöckchen für euch zeigen. Zucker. In Syrien habe ich Filme gemacht. Wenn ich nicht gerade im Gefängnis war, weil ich Filme gemacht habe. Damals sah Alipo in Syrien so aus. Und Berlin so. Heute sieht Alipo so aus. Und Berlin so. Darum bin ich lieber in Berlin. Ich wollte nicht nur die deutsche Sprache kennenlernen, sondern will ich auch die Menschen hier kennenlernen. Das heißt, ich will einfach wissen, wie sind diese Deutsche. Sind sie alle so? Wir sind gegen die, die unser Land kaputt machen! Oder sind sie alle so? Ich wollte ein Experiment machen. Ihr kennt vielleicht dieses Video hier. Da hat sich einer mit Bart auf der Straße gestellt. Mit einem Schild. Ich bin Muslim. Man hält uns vor einen Touristen. Und wenn ihr mir vertraut, gebt mir einfach Umarmung. Das habe ich auch gemacht. Hier. In Berlin. Am Alexanderplatz habe ich mich mit einem Schild gestellt und gewartet. Und gewartet. Und gewartet. Und wisst ihr, was erstes, was passiert ist? Naja, das war vielleicht ein Tourist. Nach einigen weiteren Versuchen haben die Leute doch angefangen, mir eine Umarmung zu geben. Wenn die Deutschen mit etwas anfangen, dann hören sie überhaupt nicht mehr auf. Ich habe gelernt, die Deutschen brauchen längere Zeit. Aber dann, sie sind nicht zu stoppen. Darum glaube ich, die Integration wird klappen. Irgendwann. Bye, bye.